Deutsch lernen durch Hören Weihnachten im Schuhkarton Weihnachten im Schuhkarton ist eine Aktion für Kinder in Not, die sonst nichts zu Weihnachten bekommen würden. Jeder kann sich daran beteiligen. Man packt ein paar Geschenke in einen Karton. Das können Spielsachen, Schreibmaterialien, Hygieneartikel, Süßigkeiten oder auch Kleidung sein. Die Geschenke legt man in einen Schuhkarton, den man vorher mit Geschenkpapier beklebt hat. Dann muss man den Karton noch beschriften, mit den Angaben für welches Kind der Inhalt geeignet ist. Also ob da Mädchen oder Jungen Sachen drin sind und für welches Alter die Geschenke sind. Ich finde die Aktion sehr schön und ich habe daran auch schon mal teilgenommen. Es macht mir Spaß, dass ich weiß, dass sich jemand anderes darüber freut. Die Kartons werden an bestimmten Sammelstellen gesammelt und dann werden die Schuhkartons in andere Länder gebracht. Viele Kartons aus Deutschland werden nach Osteuropa geschickt. Deutsch lernen durch Hören Beexistet Be związ advocate Be 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 Lis Be 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 Be